Was tun wir denn jetzt machen? Ja, du hast dich ja gerade gemutet. Ja, weil du gesagt hast, dass ich mich müte. Ich erkläre jetzt nochmal die Regeln. Keine Waffen benutzen. Leute, kein einziger von euch Waffen benutzen. Ihr dürft nur die Spitzhacke benutzen. Ihr dürft alle Heal-Items benutzen, die es gibt. Egal ob Chili, Salat, Mais, Mad Kid, Schild, Großer Schild, Fische oder sonst was. Aussprungfische, alles erlaubt. Wir müssen, wir dürfen alles benutzen. Ne, wir auch nicht. Ne, ne, wir sind genauso wie die anderen. Quasi, Kronblades KX-Battle, mit allen. Also alle gegen alle, oder was ist das jetzt? Ja, alle gegen alle. Darf man UFO nehmen? UFO darf man nicht nehmen. UFOs und Autos sind auch nicht erlaubt. Ja, lass machen bei Lazy. Ja. Last Believer Beach. Ja, gut, Believer Beach. Skybase ist auch nicht erlaubt. Stimmt, ganz wichtig. Wieso, die kann man auch abbauen? Ne, das Problem ist, wenn du zu früh startest, dann war's das. Das ist echt ne geile Idee, Digga. Ja, glaub mir. Mir hat's Spaß gemacht. Ne, ich muss sagen. Nee, es ist immer Spaß gemacht. Ja, ich muss sagen, geile Idee. Oh, das ist einfach zu geil, das Format. Ja, ich find's auch geil. Digga, mein Rot gegen Blue oder sonst was Format wurde einfach von Epic Games übernommen. Boah. Wahrscheinlich werden die das auch übernehmen. Ja, safe. Ja, das gibt's ja quasi schon. Safe, das ist zu krank, Digga. Ey, ich sag dir ehrlich, Esu, weißt du, wo ich dich mal in Zukunft sehe? Will ich nicht von dir hören. Weil ich seh dich in der Mülltonne. Ja, ich seh dich als Creative Director bei Epic Games. Weil du einfach wirklich auch kreativ, ne, auf eine andere Welle schwimmst. Ne, Bro, ich sag dir ehrlich, also ich hätte auch jetzt meine Kontakte spielen lassen, Leute. Na, Kuss. Ich werd' probieren, Esu da irgendwie bei Epic Games mit reinzubringen. Weil die Qualität, ja, die Esu aufweist. Krank. Warte mal, ich will dich genau angucken, also. Warte, bleib mal stehen. Dich soll Fortnite also entscheiden lassen. Ja. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich geh auf Dragon Balls. Knuffel zollen wir auf Zeit gehen. Ey, ich sag euch hart auf hart, ne. Wenn Esu, Creative Director bei Epic Games wird, dann wird's einfach einen Modus geben, singen und klatschen, Alter. Es ist eigentlich egal, wo wir reingehen, Jungs. Die brauchen doch eh nur Schild und Mad Kids. Wir können eigentlich jetzt Zeit ablaufen lassen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Keine Zeit nehmen. Irgendeiner von euch nimmt die ganze Zeit. Lass mich raten, es kann nicht dann sein. Ja. Safe, oder? Nee, ist Mo Bro, Digga. Lo, Mo Bro sammelt die ganze Zeit ein. Mo Bro, hör mal auf Zeit einzusammeln. Mo Bro sammelt die ganze Zeit Zeit ein. Ja, korrekt, Armin. Und Mr. Knuffel auch noch. Oh mein Gott. Ehrenlos. Hä? So, let's go. Jetzt ist so viel Linksaft. Kann ich dich einfach ne Dings nehmen, Bro? Ne Pumpkern und sich abklein? Nee, glaubst du nicht, Bro. Warum nicht? Ja, wenn du ein anderes Format spielen willst, dann sagst du ja. Ach, ist das ein anderes Format? Ey, ich kenn das Format doch gar nicht. Ich hab's dir doch einmal erklärt. Bist du so dumm, um das zu checken, oder was? Du weißt doch, wie dumm ich bin. Deswegen frag ich nach und man beleidigt nur. Super, danke. Ja, dann frag nochmal. Nee, nee, ach Quatsch. Man fragt dir normale Fragen und man wird nur beleidigt von dir. Und ich bin Abonnent von ESW, das wollte ich auch nur noch sagen. Ich bin Abonnent von ESW, Leute, ne? So geht ESW mit seinen Abonnenten um. Nein, du behandelst deine Abonnenten besser, hast du mal gesagt. Ja, weil die meisten mehr Verstand haben als du. Sani, du bist einfach immer noch in der Luft. Perfekt. Ja, super, da schießt schon ein UFO auf euch, aber okay. Naja, ne Leute, ich kann nicht fahren, wie der Modus jetzt funktioniert, weil ich werde ich wieder beleidigt. Nee, frag ruhig. Aber gut, was erwarte ich auch, ne? Jungs, habt ihr viele Mails? Äh, bis jetzt erst 300. Ah, nur Holz benutzen, ja? Scheiße, jetzt hab ich Dings gesagt mit, Leute. Stein. Ja, so wenig gefarmt, Leute, dann. Jetzt. Mowbrow wollte das Chicken töten. Nee, ich wollte es einbauen für dich. Das ist Freilandhaltung, Dinger. Richtig. Also Streamsitem ist auch nicht erlaubt. Jetzt geht das Spiel los. Leute, ab jetzt keine Metallwände bauen, kein Stein, nur Holz und Spitzsacke. Wie Army. Wie Army, du hast auf Estus Discord keine Rechte? Boah. Das tut auch ein bisschen weh zu hören, so. Weil du auch ein Supporter von Estus bist, ne? Vor mir rechts, Gegner. Ja, ich glaub, die gehen aufs Rotenhorn ab. Ja, ich glaube auch, wenn es mit geht. Ja, ich glaube auch, wenn es mit geht. Äh, ich hab nur 3 Mäckens. Ja, wir haben ja. Ja, du wirst nie gebannt, kein Ufo, Digari. Du redest spanisch, bro. Ja, ich bin spanisch. Du redest spanisch? Du redest spanisch? Du redest spanisch, spanisch. Du hab ablas als Spanon. Nee, du bist spagnin. Ich bin ja schon Bock. Hier ist Lagerfeuer, Lagerfeuer, wichtig, wichtig, wichtig. Endred, ob wir skin.contest machen? Keine Ahnung. Ja, komm. Ich schreibe das, komm. dieser soldat ich fühle mich wie ein lachs leute die ein lachs der zu seinen schwarm schweiz bot nervt zu hart warum er mir keine rolle auf es ist das gott hat das spielt wohl das army einfach keine rolle auf es ist das gott spielt ich habe nicht so viel ich habe 2000 2000 2000 steine für dich stein dürfen nicht benutzen ach so ich hab noch ein jump es wird richtig dumm fragen werden leute deine schießt eine schießt eine schießen der eine vor mir war das das was ist glaube ich genau droppt am besten eure waffen damit ihr gar nicht ausgesinnt war ich nicht erlaubt jump hat erlaubt die bleibt man bei uns ja nicht zusammenspielen dann schaffen wir das nicht das vergleichlich eklig stream ist nicht erlaubt ich habe auch so ziemlich zu worten mit mit stein schmeißen zweck schmeißen zweckstein das ding ist das format funktioniert nur wenn alle sich an die regel ja ich habe doch mich dafür entschuldigt gerade ja dann drop digga wo habe ich doch gerade ja man wird ja beleidigt leute oh mein gott hier ist wichtiger noch ist wichtiger noch ist wichtig aber ich kann euch dann geben wenn ihr braucht ich kann auch holz gehen weil ich ja ja joshua pickaxe ist erlaubt ja habe ich meine minis genommen kommt hier links da pickaxe erlaubt ne er ist sind die dicks erlaubt blühwürmchen hühner sind erlaubt ne hühner waren erlaubt hier waren leute ich habe es gehört wo es sind fisch hat auch ein hit frische sind erlaubt ne leute wir haben drei frische alter das wird so game changer mäßig egal so wie du das spiel ist doch voll langweilig du fein ist auch gar nicht kommen lieber zu mir ich spiele defensiv knuffe braucht hilfe also ich halte rückdeckung bekommt noch mal hier kommen jetzt mal auf müsst ihr euch machen oder also bei mir die letzten male war es doch da hat immer gut geklappt es macht halt nur bock wenn man ich mit vier leuten das ist aber ich die zwei jungs doch eingeladen damit durch kreuz und alles machen aber es wird wieder so sein gerne wenn du dein eigenes team hast ich mit meinem team dann können wir das machen weil sonst wird es nicht klappen oder das was ganz anderes gibt mir einfach den korte ich mir einfach den korte